Musik Die Dame, die eben unterbrochen hat, das ist Heide Steinwachs, die Choreografin. Und mir gibt es Gelegenheit, zunächst einmal Guten Tag zu sagen und außerdem Ihnen zu erklären, warum es hier überhaupt gibt. Das ist auch wieder eine, ich habe immer nur Premieren anzusagen, denn wir haben zum ersten Mal ein Ballett hier im Spotlight. Wir wären soweit, ich möchte aber ganz kurz noch was erklären. Und zwar der ORF hat mit dem Theater an der Wien zusammengearbeitet. Im ORF wurde Musik produziert, die Hans Salomon geschrieben hat und im Theater dann aufgeführt. Das Ganze heißt Rock Emotion und damit Sie ein bisschen besser mitdenken können, worum es da geht. Es geht also von der Grundbewegung, vom Training bis zum effektiven Tanz und das wollen wir jetzt verfolgen. Im Theater an der Wien hat es 19 Minuten gedauert. Wir haben eine kleine Auslese, aber wiederholen eine Premiere aus dem Theater an der Wien. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Vielen Dank.